So, Willkommen zurück zu Ahead in Time. Wir haben inzwischen ganze 3 Sanduhren. Es fehlen noch 37. Ist die gerade gegen Mustache Girl gefahren? Äh, wir haben gleich eine 3, ne? Wir haben nur 2? Nein! Da kommen wir als nächstes dann rein. Bödes Ding. Na gut, müssen wir nochmal mit dir reden, oder? Let's go get them! Ja, ja, ist klar. So, also eigentlich müssen wir direkt wieder rein. Uns fehlt hier auf jeden Fall noch... Irgend so ein blauer... Schon wieder ein Boss? Uns fehlt auf jeden Fall noch so ein blauer Save, den wir noch nicht aufgemacht haben, wenn ich's mir recht überlege, ne? Ja, ja. Dann mit der Mafia... Population 1 weniger... Soon. Einer weniger demnächst. Hm... Und es regnet schon wieder. Ähm... Mädchen mit Trillum gegen Typen mit 2 Messern. Wirkt fair! Ja, wir müssen ja da oben. Geh, Wayne. Klauern, bitte. Geh weg! Bitte! Der Zylinder ist immer noch geil. Bumm! Oh. Ne, da will ich noch nicht hin. Du hast deine Zeit genommen. Hilf mir hier raus! Geh diese Brüten aus meinem Kuss und wir können in einiges gehen. Nö! Scheiße, wir kommen ja nicht mehr runter. Aber... Ja, nicht ganz. Wir springen jetzt mal von der Palme. Ja, noch nicht ganz. Ich will gucken, ob das geht. Von hier. Okay, ich glaube, ich muss auch wieder in die Richtung lenken, so wie eben auch. Wir verlieren jedes Mal Leben, was? Aber das macht ja eigentlich nichts. Hm. Die machen wir platt. Ähm... Ist mir viel stärker geworden. Ja, finde ich auch. Und das Leben fällt runter, weil du mit mir geredet hast. Dankeschön. Ich wollte hier noch gar nicht hoch. Typisches Versteck. Ja! Unser dritter! Hä? Hä? Okay, ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, ob man da hochklettern will. Und kabumm. Let's go! It's showtime, baby! Alles klar! Ich hätte den Zylinder aufsetzen sollen. Nein! Das haben wir doch schon mal gesehen. Ein Spielcasino. Die ist in der Küche gelandet. Wieso schwebt das Ding über seinem Kopf? Dein Theater. Hey! Frech halt. Uh! Erstmal hier alles wegräumen. Ach, guck mal, wer da sitzt. Du sollst weg. Das ist kein Ort für kleine Mädchen. Die meisten Ort sind nicht für Kinder. Aber besonders hier. Der ist nett. Hä? Was ist mit dir? Ach, deswegen wird sie nicht. Sonst ist mir das scheißegal. Oh. Darf ich hier spielen? Scheinbar nicht. Wir waren leider nicht bei der Bank und haben deswegen nicht das passende Geld. Die passende Währung. Hier. Ja ich bin. Hahaha! So nah und doch so fern! Voll gemein. Oh. Für Mafia. Die Toilette für Mafia. Hallo. Hallo, darf ich hier sein? Hallo? 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 Weil die Tür so unscheinbar ist wahrscheinlich. Ich mag die Musik! Dance with Joy. Nicht alles, was ich verkaufen, ist wertvoll. Ich verkaufe auch schreckliche Badge. Und trotzdem kaufen die Leute trotzdem. Nicht mehr Badge. Nehme ich gerne. Aber wo wähle ich überhaupt aus, weil ich das Badge gerade draußen habe? Momentan habe ich trotzdem nur eins. Äh, hä? Level Collectibles einfach gar nichts? Hö? Ach, das ist die coole Aktion. Okay. Ja, dann machen wir den auch noch mit ran. Ich glaube, wir können maximal drei am Ende haben. Was? Nein. Da-da-da. Ich bin gerne auf den Stuhl da. Oh, ein Tintenfisch! So, vorsichtig. Hallo? Aua. Drecksvieh. Äh. Ich glaube, ich darf die nicht runterwerfen. Das ist nur eine Vermutung. Überhaupt nicht riskant, wie ich hier gerade lang laufe. Und trotzdem nicht runtergefallen. Erstaunlich. Ich wie jetzt hier einfach jedes einzelne Teil einsammeln, obwohl ich das sonst nicht mache. Ansonsten werden wir wahrscheinlich auch ewig beschäftigt. So, reden wir mal mit dem komischen Kater hier. Ach, die ist das. Alles klar. Ich frag mich zwar, wie sie kochen möchte, weil hier oben gibt es keine Töpfe. Aber, naja. Wir haben was zum Werfen. Oder auch was zum Abstellen. Ja! Also Mafia. Aber was will ich damit? Könnte ich jetzt hier rein? Das wäre auch beunruhigend. So, äh, ja, ich hab jetzt den Schlüssel. Und damit, äh, kann ich jetzt was machen? Hi. Hä? Es regnet immer noch draußen. Ist viel schöner von drinnen zu gucken. Ja. Sah der Eingang nicht vorhin noch rund aus? Hm. Wo braucht man einen Schlüssel? Pfff. Ist jetzt unsere neue Waffe? Ich würd ja gerne, ich glaub, das kann ich mir nicht leisten. Was ist das Problem, du kleine Mädchen? Mafia nicht weiß, was ein Kind trinken. Was auch Probleme ist, Mafia ist sicher, dass du damit konzentrieren kannst. Du siehst wie ein Tenacious-Type, nicht die Probleme allein. Korrekt! Eine andere kleine Mädchen riecht in die Kuchen. Wenn du siehst, sie sieht wie ein Unruhling-Type. Hör auf sie. Okay, danke. Aua. Ich würd ja... Hallo. Äh. Okay, ich glaub, das klappt noch nicht. Oh. Ich wüsste immer noch gern, wie ich da durchkomme. Hm. Ja, ich glaub, ich weiß, warum die Katze meint, jemand könnte sterben, wenn er das Zeug essen würde. Und warum ist denn ne... Die Blume dreht sich vor allem. Hm. Probier's. Los, probier's. Okay, ich glaub, sie macht's nicht. Hi. Ich glaub, ich hab den Schlüssel schon, kann das sein? Hier überall richtig schön mit dem... Über den Zigaretten. Geil. Oh. Aua. Frechheit. Ich verpasse irgendwie die ganzen Dialoge, hab ich's ge... Woho. Die ganzen Dialoge, weil ich einfach den ganzen Kram schon mache, bevor ich den Auftrag... in Auftrag bekomme. Okay, das ist teilweise nicht so einfach abzupassen, ehrlich gesagt. Kann ich nicht einfach... Ja. Bitte Übersetzung, Leute. Achso, das ist gar kein Durchgang, das ist ne Kiste. Ja, noch mehr Wolle! Ich glaube, langsam können wir uns sowieso schon alle Hüte des gesamten Spiels zusammencraften, ohne auch nur einmal wieder auf Wolljagd gehen zu müssen. Warum sind wir so roh? Ja, scheiß auf die ganzen Juwelen, die ganzen Tokens hier. Wir brauchen nur den anderen Scheiß. Warum können wir da rein nicht tauchen? Ja. Noch mehr Sprintjahren. Cool. Weil wir das Zeug unbedingt brauchen. Hallo. Na, darf ich hier sein? Scheinen die nicht zu kümmern. Mich kommen wir auch nicht raus. Hallo. Du, 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 du. Hey. Ich seh nichts, aber egal. Easy peasy. Ja, danke, meine Fans. Also, die da gerade jubeln. So, es ist du! Ja, dein schlimmster Feind, den du nicht mal kennst. Seitdem du in der Mafia-Town kamst, hat es mit diesen magischen Zeitflächen geflogen. Was für ein schreckliches Verbrechen. Das stimmt nicht. Ich hab meinen Hut. Heißt das, du willst mich jetzt wieder mit Fäusten schlagen oder mit TNT-Fässern bewerfen? Eins. Aktion. It is show time. Dann wäre ich das Gefühl, der würde mich wahrscheinlich wirklich beim ersten Mal fertig machen. Oh, ich soll ihm auf den Kopf springen? Überhaupt nicht hingezogen worden. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Ein 2D-Plattformer. Cool. Tschüss. Auf die Fresse. Hui. Der ist ja eine Herausforderung. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Hätte ich nicht so lange fertig machen können. Aua. Erwischt. Sweet. Ich bekomme so viel Leben. What? Ähm. Hallo? Ähm. Hi. Hä? Ist das ein Bug? Hi, Kids. Hitte ihn schon. Ja, ich würde ja gerne. Hallo? Ähm. Leute? Ich stecke hier irgendwie ein bisschen fest. Ähm. Halt ihn schon. Crawl ihn schon und schaue ihn. Crawl? Das hat geholfen? Richtig stumpf. Jetzt, lass mich doch da hoch. Danke. Hui. Mega charge! Alles klar, alles klar, alles klar. Schaffe ich noch, schaffe ich noch. Alles kein Problem. Oh, da hätt ich jetzt nicht reinrennen sollen. Aua. Erstmal Superheldenkraft fliegt erst mal komplett hinterher. Wieso lassen ihn eigentlich immer genau diese eine Lücke? Das ist irgendwie nicht sehr geschickt. Baut her! Halt ihn! Es kann sein! Ultra-Rock-Rift! Wenigstens cooler Boss-Fight. Die jubeln mir alle zu! Müssten wir jetzt nicht in unserem Raumschiff in die Tür reinkommen, oder waren das fünf, die ich brauche? Wozu ist die eigentlich gut? Wobei ich gehört, man kann das auch zusammenspielen. Also was haben diese Dinge eigentlich gemacht? Sind sie ein bisschen rarer Kollektor-Artikel für Nerds? Ja, ist wie eine Rubik's Cube, nur ein coole. Also ich hätte auch gern so teil. Oh, wie dumm kann man sein. Sind sie ein bisschen rarer K... Warte. Huh? Huh? Klar, dann. Pfff! Das ist verrückt! Verstehst du, was mit diesen Dingen gemacht könnte? Wir können es so machen, dass du niemals die Mafia in die Gesichter in die Gesichter bekommst. Wir können die Mafia aufbauen, zurück in die Zeit und dann sie wieder aufbauen! Nein, warte, wir können es so machen, dass die Mafia nie auf der Isle gekommen ist! Warte, 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 warte! Even besser! Wir können crime-schweizende Zeitraveller sein! Warte, was? Das macht keinen Sinn! Du hast all diese Macht und wirst sie nicht benutzen, um die Schmerzen zu kämpfen! Das ist Boromir! Das ist Boromir! Das ist Boromir! Der meinte auch, wir haben den Ring! Wir sollten ihn benutzen und ihn einsetzen! Waaaaaah! Ne! Wenn du sie nicht benutzt, um die Schmerzen zu kämpfen, dann werde ich es. Nein! Ich werde nicht diese Isle als Mafia-Town bleiben lassen! Ich werde mich alle Zeitpunkte für mich sammeln! Du hast meine Worte! Nein! Ich verstehe es sowieso nicht ganz! Was?! Alter! Wirklich jetzt? Danke-Spiel! Ja, ich glaube auch! Was machst du schon? Frost rauslassen!